Der Flieger setzt zum Landen an. Vielleicht läuft die Evakuierung noch. C-130 ist ein netter Vogel. Die Lunde brennt! Molly! Granate! Granate! Schuss! Achten! Schuss! Da rüber! Da rüber! Da rüber! Da rüber! Ich würde dich brauchen! Nein! Nein! Noch eine Pistole? Los, die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Hier, Dui! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Versammelt euch im Schutzraum! Sie haben mich! Mason! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Hör einen in den Schutzraum. Schau mal. Schau mal. Wie schlimm ist es? Danke, du hast was gut. Das könnte man... Ich halte dich. Hey Francis, jetzt verarmst du dich erstmal.